E-Payment, die bargeldlose Zahlungsart der Zukunft. Und auch wenn die überwiegende Mehrheit der Deutschen ihre Einkäufe lieber nach wie vor klassisch mit Bargeld bezahlt, wird die Bargeld- und kontaktlose Zahlung immer bekannter und beliebter. Die Handelsbranche geht mit innovativen Zahlungsmethoden auf diesen Trend ein. Die Vorteile von E-Payment sind ein schnelles Bezahlen, ein einfaches, unkompliziertes Bezahlen und ein sicheres Bezahlen für den Kunden. Ob technikaffin oder nicht, die neuen Zahlungsmöglichkeiten bieten den Nutzern auf jeden Fall einen Bequemlichkeitsvorteil. Warum also noch den Umweg zur Bank auf sich nehmen, wenn man die Tafel Schokolade aus dem Lieblingsladen auch ohne Bargeld bezahlen kann? Kunden von Markus Kuhnckes Naschkatzenparadies in Wuppertal-Vohwinkel wissen die modernen Zahlungsmethoden schon lange zu schätzen. Es geht doch mal gar nicht, dass ein Kunde bei mir ins Geschäft kommt und sagt, ich möchte gerne mit Karte bezahlen. Und ich sage ihm dann, tut mir leid, das geht bei uns nicht. Also man muss auf Kundenwünsche eingehen, das ist sehr wichtig. Wir haben da ein sehr schönes, smartes Gerät, SumUp. Das kann ich überall verwenden, läuft über WLAN. Da bin ich sehr mit zufrieden und es ist recht modern. Neben Waren können auch Dienstleistungen per E-Payment bezahlt werden. Bei den Wuppertaler Stadtwerken soll in diesem Jahr der Transferdienstleister Paypal in die Vertriebskanäle eingeführt werden. Dadurch wird das Bezahlen noch moderner und leichter. Probleme, wie fehlendes Wechselgeld im Bus, könnten so bald der Vergangenheit angehören. Wir haben hauptsächlich die Möglichkeit für unsere Kunden geschaffen, in unseren Online-Vertriebskanälen per E-Payment Methoden zu bezahlen. Gerade bei unserer WSW Move App gibt es diverse Möglichkeiten, sei es Lastschrift, Kreditkarte oder auch ein Prepaid-Verfahren, wo man seine Tickets bezahlen kann. Auch wenn das Bargeld in nächster Zeit nicht verschwinden wird und kleinere Einkäufe auch weiterhin zum größten Teil in Bar bezahlt werden, bietet E-Payment Käufern wie auch Verkäufern großen Komfort und Sicherheit.